So Freunde der Ungarischen Küche, heute mal wieder ein Video von mir. Und zwar gibt es heute so eine richtige Kindheitserinnerung von mir. Und zwar ein Hähnchenherzenpörkelt. Also quasi ein Hühnerherzengulasch. Und das koche ich draußen bei mir im Kessel. Schön, dass du dabei bist. Und wenn es dir gefällt, lass gerne ein Abo da und einen Daumen hoch. Danke dir! So Freunde und als erstes natürlich Feuer machen. Ganz wichtig. So. So Be Карin. So Ho eigenen. So pract 알� So. So ab jetzt geht's release conven Ort. So. So Sollte Jetzt lassen wir hier in der gründlichen Ladung Manga-Litzer-Fett unten rein. Jetzt werden wir hier in der gründlichen Ladung Manga-Litzer-Fett unten rein. Jetzt werden wir hier in der gründlichen Ladung Manga-Litzer-Fett unten rein. Gleich ein bisschen ansalzen. Jetzt werden wir hier in der gründlichen Ladung Manga-Litzer-Fett unten rein. Jetzt werden wir hier in der gründlichen Ladung Manga-Litzer-Fett unten rein. Jetzt werden wir hier in der gründlichen Ladung Manga-Litzer-Fett unten rein. Jetzt werden wir hier in der gründlichen Ladung Manga-Litzer-Fett unten rein. Jetzt werden wir hier in der gründlichen Ladung Manga-Litzer-Fett unten rein. Jetzt werden wir hier in der gründlichen Ladung Manga-Litzer-Fett unten rein. Jetzt werden wir hier in der gründlichen Ladung Manga-Litzer-Fett unten rein. Jetzt werden wir hier in der gründlichen Ladung Manga-Litzer-Fett unten rein. Untertitelung des ZDF, 2020 So Freunde, das war's, mein schönes Hähnchenpökel für euch. Ich lasse es mir schmecken jetzt. Viel Spaß beim Nachkochen. Und wenn es euch gefallen hat, dann kommentiert gern. Und ja, den Abo, die Abo, die Klingel, nicht vergessen zu drücken. Also, schmecken lassen. Jo, jetzt war ich jetzt. Neue, ja, finnen. Bis zum nächsten Mal.